Das hat mich wirklich so das erste Mal gewurmt, wie ich das Gefühl gehabt habe, ich durchschaue die Dinge und ich würde es mir selbst schon zehnmal zutrauen und dann gibt es so das erste Mal, wo man sagt, na du bist noch nicht so weit und du brauchst noch und das ist dann schon irgendwie ein bisschen frustrierend und da entwickelt man natürlich schon einen richtigen bis jetzt erst recht. Es hat halt sechs, sieben Jahre einmal gedauert, bis es überhaupt marktreif war und das Thema hat uns dann wirklich sechs bis sieben Jahre intensiv beschäftigt, neben einem 60, 70 Stunden Job. Solange Licht am Ende des Tunnels ist und die Kreativität irgendwie zeigt, da geht was, hat man auch die Energie dann an diesem Thema dran zu bleiben. Man lernt ja aus den Tiefs, aber das war dann schon so ein Moment, wo man die Verzweiflung fast größer war als die Motivation und kurz gefährdet, dass das ganze Projekt scheitert. Wow, das schmeckt bombastisch. Wir haben es geschafft, Ballaststoffe, gesund Bombe, aber Geschmackscheiße geschafft, die so zusammenzuführen, dass die geschmacklich genauso wie Zucker schmecken. Und da haben wir schon gemacht, okay, das ist jetzt eigentlich der ganz große Durchbruch. Wird also wieder eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Nix kommt nix. Gerne auch, wie immer der Hinweis am Anfang, uns auf Social Media folgen, auf Instagram, auf TikTok und auf LinkedIn für exklusive Backstage-Einblicke, wie das alles hinter den Kulissen abläuft. Heute mit einem Gast aus Wien. Wir sind wieder in Wien in der Land-, in der Bundeshauptstadt zu Gast. Und zwar beim Gründer, bei einem von vielen Gründern von Neo, Manuel Zeller. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Grüß dich. Von nix kommt nix. Der Podcast über Motivation und erfolgreiches Scheitern. In dieser Folge mit Manuel Zeller, Gründer und Geschäftsführer von Neo. Manuel, ich würde gerne mal mit so einem kleinen Faktencheck über dich anfangen, was ich so alles über dich im Internet gefunden habe, damit wir dich gleich am Anfang sehr persönlich kennenlernen. Du bist 41 Jahre alt, kommst ursprünglich aus dem Waldviertel, aus Alt-Nagelberg. Ganz genau. Selbst Google müssen eine sehr kleine 800-Seelen-Gemeinde. Direkt an der tschechischen Grenze, absolut. Aber war sicher cool, dort aufzuwachsen, ganz intim. Also ich finde, das würde ich fast meinem Sohn auch wieder gerne so ermöglichen. Du bist in einer 800-Einwohner-Gemeinde, da gibt es kein Lokal, kein Wirtshaus, kein Supermarkt. Ich meine, hat es dann wieder gegeben, dann wieder nicht. Also du bist mit Dingen konfrontiert, die du gar nicht kennst und vor allem als Kind. Jetzt bist du, mein Sohn wächst hier in der Stadt auf, der hat die Wien-City-Mall gleich daneben und die andere Einkaufsstraße und 100 Restaurants. Das ist ganz anderes aufwachsen. Aber es war irgendwie schön, weil du bist zuerst einmal so in dieser ruhigen Einöde, ist aber eine schöne Einöde, aufgewachsen und dann wird man von Schritt für Schritt, dann geht man ins Gymnasium in Gmünd, das war schon die erste Stadt und dann zum Studium nach Wien. Und das ist so, man wächst irgendwie und hat dann irgendwie auch noch so ein bisschen den Enthusiasmus, wenn man ein bisschen was Größeres sieht. Das fehlt mir ein bisschen gerade jetzt für die Nachfolgegeneration, so diese Begeisterungsfähigkeit, die hat man halt dann dort definitiv. Wenn man dort nicht so viel erlebt, ist man dann umso glücklicher oder umso findet man es cooler, wenn man dann einmal nach Wien kommt und eine Rolltreppe sieht. Also das ist richtig schön, wenn man sich über solche Dinge auch nochmal freuen kann und bewundern kann. Eben, du bist dann vom kleinen Dorf in die große Stadt mit dem Studium eben gekommen, nach Wien. Hast dort gleichzeitig Sport, Uni und Technische Universität studiert. Eines fertig gemacht, das andere ist auf der Strecke geblieben. Die TU hast du fertig gemacht. Genau. Während dem Studium hast du dann schon immer auch eben gearbeitet im Bereich Controlling, bei einer Gebäudeautomationsfirma und bei einem sehr großen Mobilfunkanbieter, der hat damals nach T-Mobile geheißen, jetzt heißt der Magenta. 2016 hast du dann gemeinsam, davor hat es eine große lange Geschichte gegeben, bis es eben zur Gründung 2016 gekommen ist, über das werden wir noch ausführlich quatschen, Neo gegründet. Genau. Und auch noch sehr wichtig zu erwähnen, du bist sehr sportlich unterwegs, warst mal Skifahrer, nicht zu verwechseln. Das Erste, was ich eingeben habe auf Google, Manuel Zeller, da ist mir gleich vorgeschlagen worden, Manuel Feller. Nicht Manuel Feller. Und du bist momentan Fußballspieler beim Verein SC Ewa Gassing. Liebe Grüße an die ganzen Kollegen, die vielleicht zuhören. Und auch noch ganz wichtig zum Schluss, du bist Papa von einem Sohn von Benjamin, mittlerweile zwei Jahre alt. Ganz genau. Super recherchiert. Das findet man ja schon über dich. Ich wollte es nochmal aufrollen, damit wir dich besser kennenlernen. Was wäre noch so ein Fakt, den wir aber vielleicht nicht kennen über dich? Das kann man über Manuel Zeller nicht googeln. Okay. Ich habe früher mal Tetris gespielt und war da irgendwann einmal in einer Weltrangliste, Top Ten oder so. Ja, ganz genau. Also ganz lustig. Auch das waren damals die Riesenerfolge, oder? Also als Jugendlicher. Ganz genau. Welchen Platz hast du da gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Also das war so online, also das war am Handy und das Online-Listen gehen und da habe ich dann nochmal gespielt, gespielt, gespielt und auf einmal war ich irgendwie Top Ten weltweit. Boah. Das ist jetzt nicht die super Leistung, aber das weiß noch keiner. Ich glaube, das weiß nicht einmal meine Frau. Na bitte, auch was dazugelernt. Also in der Podcast-Folge. Manuel, ich würde gerne auch wie mit allen Gästen bei dir bei ganz vorne starten. Es geht ja im Podcast eben auch um dieses erfolgreiche Scheitern, dass mal was im Leben nicht funktioniert. Und bei dir war die Schulzeit im Gymnasium schon eher so ein bisschen ein Auf und Ab. Du hast auch schon mit negativen Konfrontationen umgehen müssen, was die Noten angeht. Also ich wäre mal ein mittelmäßig bis eher schlechter Schüler. Das definitiv. Und das ist das erste Mal, wo man im Leben sich sucht. Wo steht man? Ist man gut? Ist man schlecht? Man reiht sich irgendwo so in diesem Schulsystem ein und natürlich vergleicht man sich. Das ist total menschlich. Dann kommt man irgendwie drauf. Ja, da gibt es Menschen, die sind deutlich besser wie ich. Und das ist so das erste Mal, wo man sich dann denkt, okay, wo geht meine Reise hin? Bin ich überhaupt gut? Bin ich gescheit genug? Bin ich gut genug in der Schule? Das war so das erste Mal, wo man sich wirklich denkt, in der Volksschule, der 1er, der Superstar quasi. Und dann kommt man ins Gymnasium und dann knallt dort das erste Mal ein 5er bei der Deutschschularbeit am Tisch. Da wird es schon ein bisschen anders dann. Aber wie jetzt im Nachhinein gesehen, denkt man natürlich ganz anders über eben schulische Leistungen. Was hat dir diese Zeit damals gebracht, wenn man nicht mit den Obersten mitkämpft, sondern eher so im mittel- oder unteren Feld ist? Also das Event war eigentlich ein ganz Interessantes, weil es war Deutschschularbeit und in dieser Deutschschularbeit war eine Nacherzählung. Und die Nacherzählung, ich konnte dieser nicht folgen. Also die Frau Professor hat was vorgetragen, 5 Minuten, und dann bin ich dort gesessen 5 Minuten und habe nicht mitbekommen, was sie da spricht. Und dann hat sie es noch einmal vorgelesen und habe gedacht, so Gott sei Dank, jetzt kann ich aufpassen. Ich habe es wieder nicht geschafft aufzupassen. Und das war so das erste Mal. Also ich habe damals einfach nicht gewusst, was ist los mit mir. Ich habe gewusst, Konzentration, ich bin total unruhig immer und was passiert da? Heute glaube ich einfach ADHS gehabt zu haben oder halt wahrscheinlich massive Konzentrationsprobleme. Und natürlich kommt das auch ein bisschen heute mit diesem ganzen Zuckerspiel rein. Und damals aber als Kind oder als Professor oder auch als Elternteil weiß man nicht, was passiert da oder was passt da nicht. Und ich glaube, mit dem muss man auch umgehen lernen und auch sich ein bisschen selbst analysieren. In dem Alter natürlich unmöglich. Ich war da zehn Jahre. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja okay, ich habe einfach nicht genug drauf, um in Deutsch gut zu sein. Okay. Das war gleich einmal so erste Schularbeit nach 1er, 1er, 1er in der Volksschule. Erste Schularbeit, Gymnasium 5 setzen. Bricht natürlich für einen damals die Welt zusammen. Ja, also ich war dann schon so ein bisschen auch ein Scheiß mich nix. Also auf der einen Seite fragt man sich, okay, was ist da los? Auf der anderen Seite, dafür dann habe ich auch nichts. Also dass man da jetzt irgendwie gesagt hat, okay, jetzt beißt rein und wirst ehrgeizig. Ich habe dann nicht einmal die Hausebung gemacht mehr, weil da war so der Punkt, irgendwie hat da mein Licht am Ende des Tunnels gefehlt. Wie kann ich das Thema angehen? Und deshalb hat man dann irgendwie so ein bisschen eine Scheiß drauf. Mentalität entwickelt, vielleicht auch wichtig. Also ein bisschen mit diesem Druck umgehen und hatte dann eh immer irgendwie funktioniert auch. Aber so war die Situation zwischen, was ist da los mit mir? Und naja, wird schon irgendwie passen. Okay. Aber es hat alles dann natürlich geklappt. Die Matura auch mit dem ersten Anlauf geschafft. Ja. Sehr gut. Das ist ja auch nicht immer bei erfolgreichen Menschen, sei dazu gesagt. Aber dann ist es für dich eben vom Award-Viertel in die große Stadt nach Wien gegangen. Sport, Uni und TU, Technische Universität. Wie ist es damals dazu gekommen, dass man beides studiert? Ich meine, dich hat beides interessiert, aber warst du so ein bisschen im Hadern mit dir selbst? Was mache ich eigentlich mit meinem Leben so im Jugendalter? Ja, ich habe eigentlich weder mit der Entscheidung Handelsakademie oder Gymnasium gewusst, wo ich wirklich hin will. Wirtschaft hat mich schon ein bisschen mehr interessiert. Deshalb war es damals die Haag. Technik bin ich dann drauf gekommen, weil ich parallel so bei Möller gearbeitet habe. Das war auch interessant. Auch Controlling, IT. Deshalb habe ich dann irgendwann entschieden, okay, Wirtschaftsinformatik, das wirkt so, als wäre es in der Mitte drinnen. Und Sport hat mich immer begeistert und ich habe mir gedacht, okay, probieren wir mal beides und dann schauen wir, was rauskommt. Und das war dann eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Die Sport-Uni habe ich bis zum Schluss wahrscheinlich viel mehr Zeit als auf der TU verbracht, weil es einfach der geilste Platz in ganz Wien ist. Also da macht jeder Sport. Da ist jedes Mal irgendwo ein Turnsaal, wo gekickt wird oder Volleyball oder Basketball gespielt wird. Also bombastische Zeit auf der Sport-Uni. Ich habe auch fast fertig gemacht, aber wirklich natürlich mehr Perspektive habe ich jetzt in der TU gesehen, habe dann Wirtschaftsinformatik auch fertig gemacht und ist, glaube ich, ein sehr gutes Fundament. Und auch, weil am Anfang warst du vor allem im technischen Bereich unterwegs, auch mit eben, haben wir vorher schon gequatscht, neben dem Studium gearbeitet, unter anderem bei einer Gebäude-Automationsfirma und dann bei, nächster Step, bei T-Mobile, bei einem der größten Mobilfunkanbieter in Österreich. Erzähl uns oder nimm uns kurz vielleicht in dieser Reise mit, vor allem in die zweite Reise, was hast du dort gemacht bei T-Mobile, heute Magenta? Ja, also auch bei Gebäudeautomation damals schon, Möller, heute Eton, war das so, dass ich im Controlling gearbeitet habe. Das ist natürlich schon ein bisschen IT-lastig. Du musst schon ein bisschen Systeme verstehen, wie reden die miteinander? Controlling funktioniert nur dann, wenn ich wirklich ein gutes Reporting im Hintergrund habe. Und das war damals schon ziemlich interessant. Ich habe mich dann auch in die Magenta, damals die Mobile-Welt, geleitet. Das war, ich glaube, circa nach vier Jahren im Studium, wo ich schon fast fertig war. Ich habe mir gedacht, so, jetzt wäre es eigentlich Zeit für einen richtigen Job. Damals, glaube ich, 25 Stunden angefangen, bei T-Mobile zu arbeiten und auch im Controlling, Market Controlling. Und dort habe ich dann angefangen, eine extrem interessante Erfahrung, Business Cases zu rechnen. Wirklich am ganzen Tag vier, fünf Business Cases gerechnet. Wie wirkt sich der Tarif aus? Wie wirkt sich das aus? Die Investition? Das ist schon auch jetzt für jetzt ein ganz wichtiges Fundament. Da laufen automatisch einfach immer die Zahlen mit und da kannst du einfach viel schneller und bessere Entscheidungen treffen, wenn das irgendwie mitläuft. Und war extrem spannende Zeit und dort auch viel Zeit verbracht. Ja, fast zehn Jahre dann bei T-Mobile gewesen. Wow. Also das war, du hast auch in vielen Interviews schon gesagt, das war so irgendwie, natürlich im Leben baut, alles aufs andere auf. Und das war sehr viel, was du heute brauchst, hast du damals gelernt. Definitiv. Also natürlich, man lernt immer. Also man fährt im Taxi, spricht mit dem Taxifahrer, man lernt was. Also das ist, glaube ich, auch, das habe ich erst viel später erkannt. Also damals als Zehnjähriger habe ich mir gedacht, wer braucht den ganzen Scheiß? Aber irgendwann wacht man dann auf und fängt an, irgendwie alles aufzusagen. Aber gerade diese T-Mobile-Zeit. Also ich habe ja angefangen im Controlling, Business Cases rechnen, Planungen zu machen. Habe dann ja gewechselt auch in die Marktforschung. Habe dann die Marktforschung gleiten dürfen, Führungserfahrung einmal lernen dürfen. Das ist auch wieder ganz eine andere Herausforderung. Marktforschung, Statistik, ganz wichtig als Basis, Marketing, Strategie. Und so hat man Schritt für Schritt ein Fundament gebaut. Ich war mal zum einen, glaube ich, wirklich sehr interessiert dann. Das war anderer Manuel als der Schulmanuel. und ich habe dann auch im Job so ein bisschen gemerkt, hey, mit zehn Jahren mich nicht einordnen können und ich check die Dinge schnell und okay, ich durchschaue sehr vieles und bin sehr schnell im Denken. Und da habe ich gemerkt, okay, da bin ich durchaus relevant und gefragt und habe dann auch bei T-Mobile dann relativ schnell gemerkt, da geht was und habe dann auch eine super Karriere hinlegen dürfen. Und da sammelt man dann natürlich auch Selbstvertrauen und dann merkt man schon, okay, man hat es vielleicht doch ein bisschen drauf. Und auch damals mit 32 wurdest du dann, wenn ich das richtig recherchiert habe, zum Verantwortlichen eben für Witterbereich geheißen? Das war damals die Online-Abteilung, die Digital Business. Genau, genau. Wie gab es da irgendwie in dieser Karriere vor der Gründung von Neo mal so Stolpersteine, wo du ein bisschen mal gescheitert bist in Sachen? Also man wird dann auch ungeduldig. Also zum einen versucht man sich selbst einzuordnen, das ist aber schon sehr schwierig. Auf der anderen Seite sieht man ja auch hundert andere Personen, die neben einen sind und sich auch schwer einordnen können. Also jeder glaubt einmal, er ist der Beste. Dann hinterfragt man sich, okay, wenn jeder glaubt, er ist der Beste, das geht ja schon gar nicht. Dann versucht man sich selbst auch wieder zu finden und auch der erste Führungsjob, der war mir schon irgendwie wichtig. Also ich habe dann gemerkt, ich fühle mich gut, ich habe ein bisschen was drauf, ich möchte jetzt den nächsten Schritt. Und bis der kommt, da ist man auch viel zu ungeduldig wieder im Nachhinein, aber natürlich wird man da mal scheitern. Dann kriegt man mal Absage für den Führungsjob, Absage für den Führungsjob. Ich war 26, zwei Jahre bei T-Mobile, also man muss da ein bisschen die Kirche in den Dorf lassen. Aber damals habe ich halt auch... Ehrgeizig? Und dann will man diesen neu gewonnenen Drive und dieses Selbstbewusstsein auch umsetzen. Und das hat halt dann länger gedauert und da gibt es dann auch wieder so einen Punkt, da gibt es halt Menschen, die mehr an das glauben, an dein Potenzial und Menschen, die ein bisschen weniger an das glauben oder dir das noch nicht zutrauen. Und das begleitet einen auch das ganze Leben. Da gibt es halt wirklich die paar Menschen, die sagen, okay, der Junge hat es drauf, an den glaube ich, auch wenn er noch heute nicht so weit ist, aber wir lassen ihn da jetzt ein bisschen ins kalte Wasser. Und die Menschen begleiten dich durchs ganze Leben und die wirst du auch nie vergessen. Jeden Einzelnen von denen, der dir irgendwo diesen nächsten Schritt zugedauert hat und selbst das Risiko genommen hat, indem er dich gefördert hat. Und das ist schon sehr speziell. Aber du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, bei dir gibt es so ein bisschen das Motto, geht nicht, gibt es nicht. Und wenn jemand sagt, es geht nicht, dann spornst du dich nochmal an, ihn zu beweisen oder ihr zu beweisen, das geht es trotzdem. Hast du das vielleicht auch dort in dieser Zeit ein bisschen entwickelt? Weil es gibt natürlich, wie du gesagt hast, viele Menschen, die glauben an einen. Es gibt aber auch einige, die sagen, naja, glaube ich nicht an den Menschen. Muss so sein. Also meine Mama fragt mich oft, wenn sie heute zu Besuch kommt und sieht, ich mache Haushalt und das gleichzeitig, telefoniere 17, Manuel, wo bist du so geworden? Ich kenne dich so nicht noch, wie du zu Hause warst, weil da war ich ein fauler Kerl, der den Comic-Heft aufgeschlagen gehabt hat und dahinter das Buch gehabt hat, damit keiner sieht, dass ich nicht lerne. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube auch, manche Menschen werden später reif, früher reif. Ich glaube, ich bin auch wirklich sehr spät gereift. Ich habe meinen ersten Bartstopper erst mit 24 gehabt, glaube ich. Also da merkt man auch natürlich eine mentale Reife und das kommt dann zusammen und dieser Ehrgeiz ist dann auch dort natürlich entstanden und das hat mich wirklich so das erste Mal gewurmt, wie ich das Gefühl gehabt habe, ich durchschaue die Dinge, ich kann die Dinge und ich würde es mir selbst schon zehnmal zutrauen und dann gibt es so das erste Mal, wo man sagt, na, du bist noch nicht so weit und du brauchst noch und das ist dann schon irgendwie ein bisschen frustrierend und da entwickelt man natürlich schon so eine Art und das begleitet mich bis heute in so einen richtigen bis jetzt erst recht. Okay, aber ihr habt es währenddessen, das habe ich auch über dich gefunden im Internet, während deiner Studienzeit bei der TU, habt ihr auch schon eben so Kollegen, einen Kollegenkreis gehabt, die immer schon irgendwie was erfinden wollten. Also du warst in dir schon immer ein bisschen so der, ich will was machen, was Neues auf den Markt bringen und eben in die Selbstständigkeit gehen. Nimm uns da vielleicht kurz mit, was habt ihr da schon alles so am Plan gehabt? Da stehen großartige Dinge drauf. Noch immer, muss ich wirklich sagen. Damals, also nur ein Beispiel, was dann wirklich umgesetzt wurde, ist, mich hat es immer geärgert, wenn ich am Strand gelegen bin und ich habe mein Geldbörsel nirgends verstauen können. Was weiß ich, 2003, 2004. Und das war ein Problem und ich habe mir gedacht, es gibt so viele Probleme, die brauchen eine Lösung. und damals war die Idee, ein B2B-Geschäft aufzubauen mit einer Box, die du um den Schirm spannst und die kannst von außen zusperren. Und das vermarktet man. Ich glaube, vier, fünf Jahre später ist jetzt, wenn man Jesolo-Strand fährt, ist in jeder Beach, in jedem Schirm so ein Ding drinnen. Auch cool. Also, freut mich natürlich, wenn solche Lösungen dann tatsächlich irgendwie kommen. Da stehen halt, also der Trieb ist mit dem Patrick ein bisschen entstanden, muss ich sagen. Ich habe immer selbst auch gesagt, ich möchte irgendwas Selbstständiges machen. Da kannst du selbst gestalten, da kannst du sowas lösen, da kannst du dann den Menschen weiterhelfen und dementsprechend die Liste gibt es noch immer. Wer weiß, in 20 Jahren, wenn Neo so weit ist, dass das von alleine fliegt, dann kann man sich zum nächsten Eintrag gehen. Auf die Liste schauen, was steht noch oben, was kann ich noch umsetzen, wo kann ich noch anpacken. Aber du hast es schon angesprochen jetzt, das heißt, du hättest immer diesen Trieb gehabt und tust dann während T-Mobile, während eigentlich einem sehr harten Job, nebenbei schon an der Geschichte Neo getüftelt. Fangen wir aber bei Neo, vielleicht gehen wir aufs nächste Kapitel schon über, fangen wir ganz vorne an. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, wenn man technisch interessiert ist, dass man dann plötzlich in die schokoladige Seite geht? Es war ja, wenn ich richtig geschaut habe, so ein bisschen ein persönlicher Hintergrund. Deine Familie war auch von Diabetes betroffen. Absolut. Also zum einen fangen Sie mal an, ich komme gleich der Süßigkeiten-Junkie. Das ist immer das eine Thema, wo man schon gemerkt hat, ja, mit 25, mit dreimal Training die Woche, einmal noch Extrasport und ein Fußball-Match, also fünfmal die Woche, wirklich Intensivsport, da ist es ja fast egal, was man ist in dem Alter auch noch dazu. Aber trotzdem im Kopf hing, das wird nicht lange so gut gehen und meine Eltern haben Diabetes, meine Großeltern hatten alle Diabetes und wirklich Probleme damit, muss man wirklich sagen. Meine eine Großmutter hat es dann den Fuß abgenommen, die andere Großmutter hat einen Schlaganfall gehabt. Also das sind schon Themen, die man ein bisschen vorbeugen will, obwohl so weit ist man in dem Alter noch nicht, aber es war groß genug, um zu sagen, da gibt es ein Problem, das nicht gelöst ist. Nämlich, es gibt ein Cola und es gibt ein Cola Zero. Es gibt ein Snickers, aber warum gibt es kein Snickers Zero? Das hat mich irgendwie narrisch gemacht, weil Cola Zero, ich liebe Cola Zero, das ist die perfekte Lösung für mich, warum gibt es das nicht mit Snickers? Und das war zumindest einmal von der Fragestellung interessant genug. Und deshalb ist man an dem Thema einmal drangeblieben und sieben Jahre, da merkt man schon, da hat es dann Schritte gegeben, wo man immer wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen hat oder wo ich zumindest vermutet habe, so könnte es funktionieren, so könnte es funktionieren. Solange Licht am Ende des Tunnels ist und die Kreativität irgendwie zeigt, da geht was, hat man auch die Energie, dann an diesem Thema dran zu bleiben. Und was genau das war, kann ich gar nicht mehr beurteilen, aber es hat halt sechs, sieben Jahre einmal gedauert, bis es überhaupt marktreif war. Und das Thema hat uns dann wirklich sechs bis sieben Jahre intensiv beschäftigt, nehmen wir einen 60, 70 Stunden Job. Aber was war da so gerade am Anfang, man setzt sich das in den Kopf, man findet ein Problem, da gibt es was noch nicht, eine Lücke in einem sehr doch großen Business, das sehr viele große Firmen und Weltfirmen hinter sich hat. Aber was war dann so gerade am Anfang die größten Meilensteine oder wo man sich hinhandeln hat müssen? Also wir haben am Anfang so begonnen, dass wir da Marketing-Idee, schauen wir uns an, da machen wir einfach eine bessere Marke daraus und das Produkt wird uns irgendwie schon entwickeln. Haben dann Produktentwickler gesucht, die dann Ideen vorgebracht haben, wo wir gesagt haben, ja okay, aber das ist jetzt nichts Neues. Und dann irgendwie ist man so in die Produktentwicklung auch reingerutscht, wo man gesehen hat, da gibt es ja wirklich gar nichts, warum gibt es da nichts? Und dann irgendwann begonnen, einmal selbst in der Küche so eine Schokosoße aufzukochen, weil da sehr viel Wasseranteil drinnen war und wie verhält sich das? Und das war dann so fesselnd, irgendwie hat einer das dann nicht mehr losgelassen. Und wie gesagt, man weiß oft gar nicht, was es ist, aber man sieht immer, hey, da könnte was gehen, da könnte was gehen, da könnte was gehen. Also diese Fantasie und diese Naivität, die dann in dem Moment entstehen, sind wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass man das sieben Jahre lang dann durchtreibt. Und ja, sieben Jahre später haben wir dann ein Produkt gehabt, was produzierbar war, was gut geschmeckt hat und was uns eher die Basis einmal für den Erfolg jetzt gelegt hat. Aber sieben Jahre ist ja schon, also wenn man so die Zahl an sich sieht, eine verdammt lange Zeit und man braucht sehr viel Durchhaltevermögen. Gab es da auch Momente, wo du einmal in der Küche eben getüftelt hast oder irgendwo an der Idee gearbeitet hast und dir gedacht hast, was mache ich da eigentlich? Ja, hundertmal natürlich. Auch meine Eltern haben mir gesagt, Manuel, was willst du da? Da haben sie mir einmal gezeigt, schau mal, was da alles liegt, da gibt es tausend Dinge. Aber das Schlimmste war dann wahrscheinlich, wo wir wirklich einen Riegel fertig hatten. Also hat eh schon mal fünf, sechs Jahre gedauert. Dann hatten wir einen Riegel und dann haben wir Produzenten gesucht und dann haben wir die Absage, die Absage, die Absage und dann haben wir einen gehabt, wo wir gedacht haben, jetzt funktioniert es. Dann schickt uns der, ja, wir haben jetzt den Riegel genommen euch sind die Nährwerte richtig, so können wir den nicht ganz produzieren, das ist unser Vorschlag. Dann ist das ein klassischer Proteinriegel gewesen, wie alle anderen. Okay, wo jetzt? Wo ist unser USP? Wo, wo, also das ist, wir haben ja ein Produkt entwickelt, dass es anders ist, dass es gut schmeckt, dass es keinen Zucker hat, da war Rest, da haben die Nährwerte auch nicht ganz passt, aber der Geschmack war katastrophal. Und da ist so der Antrieb entstanden, zum ersten Mal, das war wirklich ein Downer, also da haben wir wirklich gedacht, so, das war jetzt die vierte Produktionsstätte, die wir versucht haben. Das will anscheinend keiner, aber wie tun wir weiter, zum einen. Zum anderen halt, aus diesem Aufbäumen, dann ist eigentlich wirklich noch einmal die Magie entstanden, weil wir uns dann wirklich auch ein bisschen mit dem Produktionsprozess befassen mussten. Wie geht das? Die These war immer, wenn du es zu Hause irgendwie zusammenbanscht, dann wird das auch in einer Produktion funktionieren und das hat dann noch einmal ein Jahr gedauert und dann haben wir aber wirklich eine Produktionsstätte gehabt und dann sogar eine zweite. Und also, man lernt ja aus den Tiefs, aber das war dann schon so ein Moment, wo man die Verzweiflung fast größer war als die Motivation und kurz gefährdet, dass das ganze Projekt scheitert. Aber was waren dann so bei dir, die Sachen, die dich dann trotzdem motiviert haben, weiterzumachen? Weil viele lassen sich ja eben, du hast es schon angesprochen, es gibt natürlich viele Kritiker, wenn man denen zuhört, muss man nach zwei Tagen schon aufhören. Was hat dich trotzdem motiviert, weiterzumachen, wenn es mal einen Downer geben hat oder einen Scheitermoment? Also, ich möchte wirklich ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht oft, aber es war dann so, dann setzt man sich wieder hin, dann probiert man wieder ein bisschen was. Also, ich habe da immer so die Gäste, weil ich in der Pfanne immer so herumgerührt habe. Wirklich absurd, dass man so Produktentwicklung macht. Aber, ja, das Licht war immer da und dann wieder neue Ideen gefunden, neue Ansätze. Und natürlich, wenn einer sagt, es geht nicht, das habe ich eh schon beschrieben, das ist dann nochmal so extra Motivation. Und es war aber dann schon so, wenn es nicht geht und wenn es ja alle da gerade nicht hinbekommen haben, dann ist es ja umso geiler. Also, da gibt es es tatsächlich noch nicht. So ist es. Und umso größer war wieder die Motivation. Und das war so eine Mischung, die uns dann immer wieder aus diesen manchmal großen, aber oft auch aus kleinen Tälern wieder rausgeholt hat. Ein großer Name in eurer Geschichte, wer weiß, ob es ohne den Namen vielleicht gar nichts geworden wäre am Ende des Tages, ist ja auch Heinrich Prokop. Den hatten wir auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Kennen viele vielleicht von zwei Minuten, zwei Millionen. Ist ja Investor dort. Wie ist es da zu dieser Connection gekommen? Der ist ja noch immer bei euch mit in der Firma. Absolut. Da gibt es auch eine witzige Geschichte, die schon oft zitiert wird. Der hat uns ja beim ersten Mal auch 2015 mal rausgeschmissen. Er hat gesagt, ja, Jungs, da seid ihr noch weit weg. Also, keine Chance in der Produktionssuche. Zwei Jahre später haben wir dann das Produkt halt verbessert gehabt und hatten schon eine Produktion und haben auch gesagt, dann damals, der Patrick, probieren wir es nochmal beim Heinrich. Ja, na, der hat uns ja rausgeholt damals, aber der Patrick hat gesagt, nein, jetzt fahren wir zum Heinrich, weil die Produktion wäre in Holland. Wir wollen ja nicht nach Holland. da jedes Mal fahren. Wir sind zum Heinrich gefahren und der hat einfach das Know-how und der hat, glaube ich, zum einen gesehen, die geben nicht auf. Ich glaube, das war einmal ganz wichtig und der hat gesehen, okay, das Produkt, wow, jetzt checke ich, was sie wollen und hat dann einen Tag nochmal bei der Gutscher-Mühle gebraucht, wo wir ein bisschen tüfteln mussten und dann war es eigentlich so, dass man gesagt hat, so können wir das produzieren. Passt. Welches Jahr war das circa? Ich glaube, es war 2016, 17, sowas in die Richtung. 16. Das heißt, ihr habt schon da sechs Jahre getüftelt am Produkt. Richtig, ja. Also man kommt nicht mit den Jahreszahlen dann durcheinander, weil es doch schon ein bisschen her ist, aber es war dann eben, es war schon ein erster Auftrag in Aussicht, also das ist ja das nächste Lustige, dass wir aus dem Butterbrotpapier eigentlich unseren ersten Großauftrag anlanggezogen haben und mit dem natürlich füllst du auch das Problem mit, bei Neo haben wir im ersten Monat 15 Riegel verkauft, dafür schmeißt du nicht eine Produktion wie die Gutscher-Mühle an, also die machen in der Sekunde mehr Riegel, als wir im Monat verkauft haben und das hilft dir dann natürlich auch ein bisschen Druck aufzubauen, einen klaren Plan abzugeben, eine klare Idee abzugeben und das zeigt auf der anderen Seite wieder, es ist doch ein tolles Produkt. Also dieses Henne-Ei-Problem war dann damit auch Henne-Ei mal zwei eigentlich gelöst. Du hast es auch schon angesprochen, dann gab es den ersten Abnehmer und ihr habt es ja wirklich im, das ist nicht nur so dahergesagt, wirklich in diesem Butterbrotpapier ihm, also dieser Firma eine Kostprobe geschickt, oder? Also irgendwie damals, das ist so einfach gegangen, seitdem nie wieder, das war aus dem Butterbrotpapier in der Küche bei mir in der Salzachstraße im 20. Bezirk ein händisch angefertigter Riegel, den wir zu Weight Watcher Deutschland geschickt haben und da sind wir wieder bei den Menschen, die etwas checken und dann etwas glauben und ein Risiko mittragen, also bei der Dame von Weight Watchers und die hat dann gesagt, wenn die Nervete stimmen, da fix sind wir da dabei und ich dachte, okay, ja passt, so einfach geht das und haben uns tatsächlich auch gleich, dann haben sie ins Labor geschickt und dann waren wir eben schon mit der Gutscher Müller weiter und dann haben die die Gutscher Müller besichtigt, weil sie schon wissen wollten, okay, das Butterbrotpapier ist zwar auch nett, aber das sollte schon ordentlich verpackt sein und ordentlich produziert sein, dann haben sie die Gutscher Müller besichtigt und dann haben wir das Vertrauen auch noch gewonnen und da haben die wirklich ein bisschen andere Rezeptur als Neo, muss man schon sagen, angepasst an deren Angepasst an deren Smart Points, aber das war halt, diese Smart Points haben ausgedrückt, wie disruptiv das Produkt ist, also ihr zweitbestes Produkt hat bei weitem nicht so gut geschmeckt, hatte drei Smart Points auf 15 Gramm, unser Riegel hatte zwei Smart Points auf 23 Gramm und damit ist das halt relativ schnell gegangen, also der war besser im Geschmack, preislich haben wir das auch halbwegs gut hinbekommen und die Smart Points waren bombastisch. Vielleicht magst du kurz erklären an alle, die das nicht isst und was sind diese Smart Points? Also eigentlich ein sehr geniales Konzept, muss ich sagen, weil was ist gesund, das ist so schwer zu definieren, Smart Points wurde von der Weight Watcher erfunden, eine Art Zählsystem, wie viele Punkte pro Tag darf ich essen und umso weniger Smart Points ein Produkt hat, umso mehr kann ich davon essen und genauso ist das ein bisschen wie Kalorien zählen, aber smarter halt. Aber wenn ihr dabei zwei seid, ist eigentlich nur noch eins drunter, ist ja perfekt, oder? Ja, richtig, also wir waren eh, wir wollten auch ein Ein-Point-Produkt machen, leider ist es der Weight Watcher dann über die Corona-Zeit nicht so gut ergangen, wir haben aber auch parallel gesehen, dass man mit einer eigenen Marke einfach auch nochmal mehr bewegen kann, das liegt in der eigenen Hand, so ist man ein bisschen abhängig, wie geht es der Weight Watcher und haben parallel einfach damit erstens einmal die Produktion ankurbeln können, was super war und unsere Marke auch aufziehen, natürlich ist das auch für Investoren gleich ein ganz anderes Setup, wenn da mal ein paar Millionen Riegel pro Jahr über den Ladentisch geht. Genau, und diese Weight Watchers Geschichte hat euch damals so ein bisschen, das war so ein bisschen ein Wendepunkt in der Geschichte von Neo und das ist ja irgendwie auch durch natürlich harte Arbeit, aber auch ein bisschen ein Funken Glück und Zufall, dass es dann dazu kommt, denn wäre diese Geschichte nicht gewesen, diese erste halbe Million Abnahme von Weight Watchers, wer weiß, haben wir auch gesprochen im Vorgespräch, wo Neo heute wäre. Ganz klar, aber da gibt es viele solcher Punkte und deshalb ist mir das immer wieder so ein Anliegen, das sind dann immer wieder die Menschen, die dann durch diesen Punkt durchgehen mit dir, also aus meiner Karriere, da hat irgendwann dann jemand gesagt, so dem Manuel traue ich das zu, da hat der Heinrich gesagt, das produzieren wir, da hat die Frau Wilke, so heißt die, da haben wir bei Weight Watchers gesagt, das ziehen wir durch und bei Spahr hat es auch den Johannes Holzleitner gegeben, der gesagt hat, so das machen wir jetzt einfach und ziehen wir das durch und genau diese Menschen sind langfristig für den Erfolg und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele mehr, die dir in diese nächste Ebene helfen und kann man bei jedem dieser Menschen sagen, wenn der nicht da gewesen wäre, wäre Neo nicht dort, wo sie sind und deshalb ist mir auch immer wieder ein Bedürfnis, die sind für uns so ein bisschen Hall of Fame alle und die werden wir alle nie irgendwie vergessen. Wie bei Madame Tussauds ausstellen, danke, dass ihr an uns geglaubt habt. Manuel, es ist ja so, ihr habt ja eine spezielle, in diesen vielen Jahren eine spezielle Formel entwickelt, wie man ein Produkt so zuckerfrei wie möglich machen kann. Das Ganze nennt sich Enso-Formel und das ist ja wirklich so, vielleicht kennen ein paar die Geschichte von Coca-Cola, das Rezept kennen sehr, sehr wenig, das Originalrezept kennen sehr, sehr wenige Leute. Bei der Enso-Formel ist es ähnlich, das kennen nur drei Leute und es ist abgesperrt in einem Banksafe in Wien. Aber dazu kommen wir gleich, wie ist es zu dieser Formel gekommen? Also das Hauptproblem, wenn du den Zucker rausbekommen willst aus dem Snickers oder was auch immer, ist, dass Snickers zu 50 Prozent aus Zucker besteht. Bei Cola ersetzt man das mit meistens einem hochintensiven Süßstoff wie Aspartam, dann fülle ich den Rest, weil Aspartam ist 250 Mal so süß wie Zucker, fülle ich den Rest mit Wasser wieder auf und das passt, das fehlende Volumen mit Wasser. Bei Snickers geht das nicht. Du brauchst ja Bissfestigkeit, du brauchst die Textur und du brauchst die Süße und alles, was quasi Volumen hat oder Textur oder ein Füllstoff ist, wird ja auch deinen Darm passieren. Das heißt, da gibt es tausendmal mehr Herausforderungen bei einem Süßigkeitenriegel den Zucker rauszubekommen und deshalb haben wir also die Hauptproblematik bei dieser ganzen sechs-, siebenjährigen Entwicklung und das Witzige ist, wir haben ja erst 2020 den ganz großen Durchbruch in der Formel gehabt, bis dorthin haben wir halt ein bisschen verschiedene Dinge zusammengemischt und haben damals schon gemerkt, okay, das funktioniert besser, das funktioniert weniger gut, aber 2020 ist dann wirklich die Enso, jetzt nennen wir sie Zero-Plus-Formel entstanden und das war dann eigentlich der ganz große Durchbruch, weil dann haben wir gesehen, okay, wow, das schmeckt bombastisch, wir haben es geschafft, Ballaststoffe, die eigentlich geschmacklich katastrophal sind, gesund, Bombe, aber Geschmack, scheiße, geschafft, die so hinzubiegen, in einer, sag ich mal, in einer Kombination so zusammenzuführen, dass die geschmacklich genauso wie Zucker schmecken und da haben wir schon gemacht, okay, das ist jetzt eigentlich der ganz große Durchbruch, jeder will Zucker ersetzen, das ist nicht nur nicht schlecht, das ist sogar gesund, dann haben wir noch Blutzuckertests nochmal bestätigen lassen, alles was wir vorher schon bei uns in der Datenbank, also das ist ein bisschen unser Geheimnis auch, wir haben eine riesen Datenbank generiert, wo man das quasi errechnen kann, wie die Formel oder perfekte Formel funktioniert, gemerkt, das ist jetzt nochmal ganz andere Liga und die haben wir dann natürlich sofort schützen wollen, die Mitarbeiter NDAs unterzeichnet und die Formel auch so gut wie möglich behütet, obwohl da gibt es auch schon wieder neuere, bessere Formeln, aber die Basis ist gut behütet, und das entwickelt sich ja dann trotzdem immer weiter, ganz genau, aber wie entwickelt man so eine Formel, ist das so, wie es in vielen Köpfen vielleicht oder in meinem ist, dass man da herumfährt und testet und das mal reingebt, mal das reingebt und das ist unglaublich viel Try and Error und da kommt jetzt ein bisschen das TU-Studium lustigerweise rein, also man löst manche Probleme halt mit Daten, also ich muss zuerst ja mal analysieren, um ein Problem zu verstehen und darauf eine Lösung zu bauen und ich glaube, wir haben zum einen einmal das Problem anders verstanden, nämlich Zucker raus allein ist nicht das Problem, wir wollen ja auch den Blutzucker stabil halten, das war so, wo wir gesagt haben, es bringt nichts, wenn das zwar kein Zucker heißt, aber dann genauso auf die Blutzuckerkurve wirkt, also das war mal ein ganz wichtiger Punkt, das zweite war, es muss maximal gut schmecken, das war so für mich einfach auch, ich will den Duplo, ich will den Snickers, wenn das nicht so richtig geil reinballert, dann funktioniert das sowieso nicht, es muss gut für den Darm sein, weil es passiert ja den ganzen Darm, das heißt, da darf nicht irgendwie was Falsches entstehen und irgendwann sind wir auch drauf gekommen, wie wir das erste Mal 2020 die Formel hatten, die hat 16 Euro pro Kilogramm gekostet, Zucker hat zu dem Zeitpunkt 30 Cent pro Kilogramm gekostet, sind wir drauf gekommen, okay, Preis wäre vielleicht auch wichtig, das heißt, das ist so die vierte Thematik in diesem Rubikswürfel, die du permanent halt, wenn du das eine beeinflusst, geht der Preis nach oben, wenn du den Geschmack beeinflusst, geht der Blutzucker auf und deshalb diese Datenbank, das ist so ein bisschen die Basis, wo wir wirklich tausende Rohstoffe vertestet haben, auf ganz spezielle Art und Weise, das ist so ein bisschen das Geheimnis dahinter, auch in der Entwicklung. Das stelle ich mir alles sehr interessant vor, das Ganze, auch sicher bei dir drinnen, aber da knüpft man vorher an, sehr viele Hochs und Tiefs, wo man mal das Wow-Erlebnis hat und dann plötzlich wieder ein Tief-Erlebnis. Aber, stimmt es, dass ihr bei dieser Formel über tausend Versuche gehabt habt, bis es dann, ich meine, wahrscheinlich jetzt schon viele mehr, weil es wieder immer weiterentwickelt. Das geht sich wahrscheinlich tausend gar nicht aus. Das war wirklich Try and Error, Try and Error. Dann haben wir auch immer, und das ist auch so eines der Geheimnisse, wir sind dann draufgekommen, relativ schnell in Wasser funktioniert es gut, aber in einem Fett-Content nicht. Das heißt, in einer Schokolade, wo Kakaobutter drinnen ist. Fett unterstreicht den Geschmack und Erythrit ist ein wunderbares Beispiel. Erythrit ist eigentlich ein super Rohstoff, keine Kalorien. Zuckerersatz, auch 70% süß wie Zucker, nur im Tee perfekt, in Schokolade, keine Chance. Also es schmeckt dann wirklich so brennend, da sind Geschmack im Mund, die so verstörend sind, du wirst die Schokolade kein einziges Mal wieder essen. Und aus dem Kontext sind dann auch nochmal so die Versuche entstanden, weil wir es wirklich dann im High-Fat-Versuch, also im High-Fat-Content probiert haben. Und das Thema ist dann, das musst du ja jedes Mal abwaschen. Und ich würde fast wirklich behaupten, das tut sich kein Labormitarbeiter. Für jeden Versuch vier Stunden lang putzen in der Salzachstraße, wo ich früher gewohnt habe, wirklich der Abfluss war schon verstopft. Gott sei Dank ist der Vermieter nicht draufgekommen, weil der die ganze Kakaobutter sich angeklebt hat. Und dieses Putzen und dieses Ding, aber das war dann wirklich so, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, den Weg geht sonst keiner. Da habe ich mich fast schon gut dabei gefühlt, wenn du jedes Mal schrubbst und das tust und wieder einen neuen Versuch und wieder einen neuen Versuch und wieder einen neuen Versuch. Das hat dann schon fast Spaß gemacht. Aber jetzt steht sie eben mal seit 2020 die Grund-N-So-Formel und eine Sache würde ich auch gerne in eurer Unternehmensgeschichte ansprechen, nämlich auch ein bisschen ein Wendepunkt. Ihr wart bei der Fernsehsendung Puls 4 von Puls 4 zwei Minuten, zwei Millionen. Wie war das damals und was hat das verändert? Weil ihr habt ja den Heinrich, der dann bei euch in der Show offiziell investiert hat, schon vorher gekannt. Genau, also zwei Minuten, zwei Millionen ist natürlich eine Mega-Marketing-Maschine für uns gewesen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also die Bekanntheit, wir waren dann schon beim Spar zu dem Zeitpunkt, aber die Show hat einfach nochmal einen ganz anderen Hype ausgelöst. Du hast dort die Chance, 15 Minuten dein Produkt zu erklären und die Menschen hören dir 15 Minuten lang zu. In einem Werbespot können wir sagen, was wir wollen. Die Leute sind irgendwie peripher, wollen es gar nicht hören und wenn dann, ja, das ist eh wieder irgendeine Werbebotschaft. Das heißt, das ist so eine einmalige Chance, den Menschen zu erklären, was es bei Neo eigentlich richtig und tatsächlich geht und das würde ich jedem jungen Unternehmen auch empfehlen. Und natürlich hat man dort auch die Chance, tolle Investoren zu treffen, kennenzulernen mit dem ganzen Netzwerk. Also auch das brauchst du am Anfang. Also das ist schon wirklich eine Möglichkeit, die sich ja mittlerweile super etabliert hat und eine Win-Win-Situation ein bisschen darstellt, weil zum einen ist für den Fernsehsender großartig, weil es für die Leute spannend ist und zum anderen für die Unternehmen super, weil du einfach dieses Netzwerk und Investoren bekommst und natürlich die Aufmerksamkeit. Das war im Jahr 2018, oder? Also glaube ich 2017 aufgezeichnet, 2018 ausgestrahlt oder so in dieser Dimension. Das war 2018, ja. Und mit dem ist es dann eigentlich bergauf gegangen, schon davor mit Weight Watchers und dann immer stetig bergauf. Ja, also das ist halt wirklich Schritt für Schritt gegangen. Also die Spar hat uns da wirklich am Anfang auch großartig unterstützt. Wir haben dann zwei Listungsplätze, dann haben wir einen Kokosregel, dann einen dritten Listungsplatz bekommen. Wir haben auch selbst immer wieder mit Werbung versucht, das zu unterstützen und hat dann auch immer besser funktioniert und das ist glaube ich so ein bisschen der erste Proof of Concept für ein Produkt, wenn es auch organisch wächst. Also wenn du immer Werbung dazu schieben musst, damit es besser wird, ist es schwierig. Aber das Produkt, also die Leute haben drüber geredet, also dieses klassische, für mich massiv unterschätzte World of Mouth, das hat passiert, das hat man einfach an den Verkaufszahlen auch gesehen. Also wenn ich vergessen. Wir haben natürlich Werbung gemacht, aber Ferrero gibt, was weiß ich, 50 Millionen Euro pro Jahr in Österreich aus. Das geht es ihm mit einem kleinen, mit einer Startup-Firma nicht aus. Wollte ich gerade sagen, selbst wenn wir da Werbung gemacht haben, das ist ja ein Tropfen am heißen Stein. Das heißt, das Produkt muss aus dem Regal und dann im Nachgang halt auch funktionieren. Wir haben dann damals extrem viel Sportler auch bei uns gehabt, die das auch nochmal untermauert haben und so ist dann so ein bisschen wirklich der Schritt-für-Schritt-Erfolg weitergegangen. Aber dass es jeder Schritt nach vorne ist massiv harte Arbeit, das sieht man vielleicht gar nicht so. Oder schmeckt man oft auch nicht so. Man schmeckt es, weil es ist richtig gut, aber deswegen gibt es ja auch so diesen Podcast, damit man ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann von Erfolgsgeschichten. Ganz viele kennen euch, aber sicherlich seit heuer, denn seit heuer gibt es euch, das war irgendwie auch so ein bisschen ein Game Changer, in jeder Anker-Filiale von den Ankerbäckereien als Donut. Ja, richtig. Und du hast, ganz lustig, aber auf LinkedIn geschrieben, wenn es nach deinem Kopf gegangen wäre, würde es das Produkt nicht geben, weil das ist so viel dahinter, dass es schwer war, überhaupt das auf den Markt zu bringen. Ja, also da war ich einmal der Spielverderber. War umgekehrt einmal. Ja, richtig. Also ich habe, ich meine, wir haben viele Produktentwicklungen bei uns, also wir bringen jetzt auch die nächsten Monate wieder ein geiles Ding nach dem anderen, muss man sagen, oder wir verbessern aktuelle Formeln. Wir haben jetzt den Kokosriegel verbessert, den Berryriegel wird jetzt noch verbessert, den Schoko, wir haben einen Peanut gebracht, dann gibt es irgendwann eine Schokoladenverbesserung. Also da tut sich immer so viel, da ist es oft schwer zu unterscheiden, was ist denn wirklich wieder ein Game Changer. Und den Donut habe ich im Kopf gehabt, da ist so viel Teig, das geht sich mit dem Blutzucker nicht aus. Also das ist wirklich, da lege ich auch meine Hand dafür ins Feuer, wenn ein Neoprodukt da rausgeht, dann muss das für den Blutzucker, für einen gesunden Menschen wirklich neutral sein. Das heißt, da haben wir festgesetzt, der nüchtern Zucker ist 80, nach einem Neoprodukt oder einer ganzen Portion Neoprodukt darf das maximal auf 100 ansteigen. Und ich habe mir gedacht, das wird sich nie ausgehen. Und dann habe ich zwar selbst so auch noch gesagt, naja, probieren wir das und das, aber unsere Entwicklungsabteilung war da auch sehr, na, das bringen wir hin und das bringen wir hin. Und dann ist wirklich mal ein Donut dargelegen, der bombastisch geschmeckt hat und ich mich einmal vom Gegenteil überzeugen lassen habe. Und ja, also der Donut schmeckt großartig und ist beim Anker wirklich ein bisschen eingeschlagen wie Bombe. Hat uns alle überrascht. Neuer Moment, ein neuer süßer Moment und das passt aber dann wieder super zu unserer Strategie. Wir wollen genau diese süßen Momente ja ersetzen. Diese süßen Momente gesünder machen und jeder süße Moment, den man da ablösen kann, ist das großartig und es öffnet einfach auch für den Konsumenten und so ein bisschen den Blick, ah, süß, Neo, kein Zucker, das funktioniert und das ist wieder ganz neue Klientel. Was war da vielleicht, weil viele haben vielleicht den Donut schon gekostet, so ein bisschen, um hinter die Kulissen zu blicken in die Entwicklungsphase, was waren da so Punkte, wo es hätte scheitern können oder was waren die größten? Also zum einen, der Teig, der muss ja aufgehen, das war mal die erste Frage. Das zweite ist, der Teig besteht auch aus Stärke und Stärke ist wie Zucker. Also das ist immer so, Zucker ist zwar in aller Munde und jeder weiß, dass das schlecht ist, aber niemand redet über die Stärke und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt absolut okay. Nur wenn es drüber geht, ist es zu viel und deshalb war mir diese Relation so wichtig und da dachte ich nicht, dass wir das hinbekommen, was dann eben langfristig oder in der Analyse dann im Blutzucker aufpoppt und das zu lösen, war einfach die größte Herausforderung. Zum einen, dass der Teig aufgeht trotz fehlendem Zucker und dass der Blutzucker trotz der Reststärke, die einfach in dem Teig drinnen ist, trotzdem stabil bleibt und ja, funktioniert großartig. Also ich teste jedes Mal wieder, weil ich es noch immer nicht ganz glauben kann, aber es tut sich nichts. Ich habe es eben auf LinkedIn gesehen und bin darauf aufmerksam geworden bei deinem LinkedIn-Profil und du hast da sehr lustig geschrieben, probiert es den Riegel und wenn es euch nicht schmeckt, kommt es persönlich zu mir und ich zahle euch das Geld zurück. Ich habe es versucht, du brauchst mir kein Geld zurück. Das ist wirklich sehr gut. Aber jetzt brennst du, jetzt brennt ihr als Gründer, ihr seid ja insgesamt eben vier Gründer von Neo voll für dieses Produkt und weil es eben im Podcast auch um die Schattenseiten geht, dann wacht man plötzlich auf, vielleicht haben einige von euch das auch mitbekommen und schlagt die Zeitung in der Früh auf und plötzlich steht da drinnen, Neo, was waren das so die, eben vom Online-Medium ökoreich ist es ausgegangen, ein bisschen intransparent und die Milch, die kommt aus Polen oder irgendwie so. Was hat das dann mit einem gemacht oder mit dir? Ja, das hat uns schon ordentlich unter Druck gesetzt am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben einfach nicht gewusst, wie gehen wir mit ihm um. Also wir haben sich schon die Wochen vorher antizipiert, also wir haben schon ein bisschen gelesen, was so auf ökoreich los ist und wir haben schon vermutet, dass da was kommen kann und dann ist das da und ja, dann schauen wir mal rein. Ich muss sagen, die ersten Vorwürfe waren okay. Also ja, wir sind jetzt nicht zur Transparenz, da stehe ich auch, wir müssen nicht jetzt jede Formel, alles bis ins kleinste Detail offenlegen. Das sind natürlich auch Betriebsgeheimnisse und das ist auch okay. Deshalb der Vorwurf der Intransparenz war zwar sehr negativ behaftet, aber war fair und das ist auch okay und damit muss man auch leben. Und das ist aber dann immer weitergegangen und dann sind so die ersten Themen aufgepoppt, wie die Studie stimmt nicht und die Milch ist aus Polen und da war es ein bisschen ein Paradigmenwechsel, weil das war dann schon, die Milch ist nicht aus Polen. Wir deklarieren fairerweise, die Milch ist aus der EU und wie man dann drauf kommt, dass die Milch aus Polen ist, verstehe ich nicht ganz. Also da muss man schon so ein bisschen, aha, die bösen Unternehmer, die tun da wahrscheinlich irgendwas verstecken. Unsere Milch kommt aus Österreich und aus Deutschland, dort, wo wir unsere Schokolade produzieren. und das war dann aber so ein bisschen schön in der Aufklärung, auch hinten raus und wir haben das dann alles quasi wirklich gut aufdecken können und was dann rausgekommen ist, ist dann, hey, wenn man genau reinschaut, ist das eigentlich eh ein Vorzeigebetrieb und wenn man jetzt auf Ökoreich schaut, das steht auch tatsächlich so drinnen, Neo ist ein Vorzeigebetrieb und so sage ich mal, haben wir erstens einmal gelernt, mit solchen Situationen gut umzugehen, das hat das Team auch ein bisschen zusammengeschweißt und dann, wir haben ja nichts zu verbergen. Natürlich findest du immer was, also bei jedem irgendwo Kleinigkeiten, die vielleicht den einen oder anderen sagen, okay, wo kommt das her, aber in Summe, glaube ich, brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken, gerade gegen die Großen, auch gegen die Kleinen. Wir versuchen hier wirklich jeden Tag alles besser zu machen, nachhaltiger zu werden, den Zuckersatz besser zu machen, noch gesünder zu werden, darmgesunder, also ich glaube, da braucht man sich wirklich nichts vorwerfen, also da versuchen wir wirklich alles in den Ring zu werfen. Und du hast auch gesagt, intransparent muss man irgendwie in einer gewissen Art und Weise einfach sein, weil es eben auch Geheimnisse gibt und diese geheime Formel, weil sonst würde es ja jeder nachmachen, aber es gibt ja dann zu Intransparenz, zu dieser Formel, die eben nicht offengelegt werden kann, Studien, die sagen, so funktioniert es und ihr habt ja, wie viele Blutzuckermessgeräte habt ihr im Haus? Also wir haben mehrere tausend Testpunkte auch mittlerweile, also wir haben selber immer diesen Blutzuckersensor auch drauf, wir haben ihn hier, wenn du willst, können wir bei dir auch gleich Blutzucker testen. Das begleitet uns einfach, aber weil es uns ja auch manche Investoren nicht geglaubt hat, dass wir wirklich keine Auswirkungen auf den Blutzucker haben, haben wir wirklich fein säuberlich, das ist mir wichtig zu betonen, weil das war am Anfang auch ein bisschen unklar, da hat die MedUni Wien sogar offiziell Stellung dazu bezogen, nach allen ethischen Vorgaben und Vorsätzen eine Studie durchführen lassen, die das genauso nochmal bestätigt. Also unser Zuckersatz hat quasi kaum eine Auswirkung auf den Blutzucker, also da kann man genau nachlesen, wenn du nüchtern Zucker hast, ist das Auswirkung von 5 versus Glucose ist eben irgendwo bei 40, 50, also quasi gar nichts. Und das ist schon nochmal schön, wenn die MedUni Wien, was ja auch international eine großartige Reputation hat und nach allen ethischen Vorlagen dann noch einmal bestätigt, ja, so ist es. Wir kommen gleich, du hast das schon angesprochen, ich bitte zuerst noch ein Thema ganz kurz noch ansprechen, weil es ums Thema Scheitern geht. Wie stehst du generell, wenn zum Thema Scheitern, wenn mal was nicht geklappt hat oder nicht klappt? Ja, also wir haben auch oft gefragt, was waren so Momente, hätte das zum Untergang führen können, aber da gibt es so diesen berühmten Spruch, man fällt ja hin, damit man sich wieder aufrichten kann oder damit man wieder aufstehen kann und alle Momente, wo es mal nicht so geklappt hat, waren aber wichtig, weil wir so viel daraus gelernt haben, weil wir versucht haben, die Situation richtig einzuschätzen, man stumpft auch ein bisschen ab, muss ich sagen. Das habe ich auch oft das Gefühl, dass man oft Probleme gar nicht mehr so ernst nimmt oder schon ernst nimmt, aber irgendwie so cool dabei bleibt, das wirft mir auch meine Frau dann hin und wieder vor. Ja, hörst du mir jetzt gar nicht zu oder regt dich jetzt das gar nicht auf? Du bist so wie ein Stein. Lustig natürlich. Und ich muss dann auch oft lachen, weil ich mir denke, ich komme mir auch oft ein bisschen abgestumpft vor. Ich fürchte nur, das ist da und dort notwendig. Also das heißt, diese ganzen Probleme, die einen tagtäglich und du hast pro Woche, ohne Spaß, 100 Probleme. Wenn es nur 50 Probleme pro Woche sind, dann glaubt man eh schon, alles ist super. Es sind hunderte Probleme die ganze Woche und du musst sie alle lösen, jedes einzelne. Und man weiß einfach, man vertraut an das Team, man vertraut an seine Kollegen, man vertraut an sich selber, man vertraut an das Umfeld, dass man jedes Problem einfach lösen kann. Und das ist das, was man lernt. Das heißt, das Abstumpfen ist eher ein Vertrauen. Das heißt, du sagst, jedes Problem ist da, um gelöst zu werden, ist am Ende des Tages. Du hast keine Wahl, das muss gelöst werden. Sonst wäre das Leben auch langweilig, muss man ehrlicherweise sagen. Sehr gut, jetzt haben wir lange darauf hingeredet. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Mein Blutzucker wird jetzt gemessen. Ich habe das, glaube ich, in meinem Leben noch nie gemacht. Man muss dazu sagen, hast du schon was gegessen? Nein, ich bin kein Frühstücker, jetzt ist es am Vormittag. Ich habe heute tatsächlich noch gar nichts gegessen. Okay, das heißt, nur Wasser getrunken. Ja, super. Das ist ein perfekter Test. Das heißt, du bist nüchtern. Das sollte eigentlich, jetzt ein nüchtern Zucker von ca. 80 bis 90 Milligramm pro Deziliter rauskommen. Dann weiß man, du bist gesund. Dann weiß man, dein Blutzucker ist stabil. Das ist ja, was man auch immer vergisst ist, der Körper kann sich seinen Zucker selbst regulieren. Das heißt, wenn du in einen Unterzucker kommst, kann der Körper selbst Zucker zur Verfügung stellen. Und wenn du zu viel Zucker hast, durch Konsumation, dann schaut der Körper mit Insulin, dass du wieder zurück auf 80 kommst. Zwischen 80 und 100, sagt man, ist gut. Ich bin ein bisschen streng, 80 und 90 sollte schon sein. Also jetzt wird es spannend. Jetzt wird es wirklich spannend. Es kann theoretisch alles rauskommen, man weiß es nicht. Genau. Eben, wie man es kennt, ein kleines Pünktchen gemacht. Alle, die vielleicht kein Blut sehen können, vielleicht schaut jetzt einmal ein kurzes Video aus. Es wird dann ausgewertet. Jetzt wartet man da mal Sekunden. Und wir sehen. Jetzt wird es ausgewertet. 92. Das ist gut. Absolut okay. Ich nehme an, wir sind ein bisschen aufgeregt. Das erhöht ganz leicht den Blutzucker. Aber wie gesagt, alles so zwischen 80 und 100 ist eigentlich voll okay. Spannend. Und eure Devise ist einfach, Schokolade zu essen und dann trotzdem in diesem Bereich zu bleiben. Ganz genau. Also die, warum ist das so wichtig? Also wir haben es eh schon kurz besprochen. Wenn du jetzt was isst, ich sage jetzt mein Lieblingsbeispiel, eine Reiswafel, wo jeder glaubt, oh, das muss ja was supertolles, gesundes sein, dann isst man ein, zwei Reiswafeln, dann erhöht sich der Blutzucker, aber so enorm, weil es der Körper einfach nicht gewohnt ist. Ein normales Reiskorn ist von Ballaststoffen umgeben. Ballaststoffen regulieren den Blutzucker und Stärke pusht den Blutzucker. Und wenn das in einer Inbalance ist, also man sagt zwar, Reiswafel ist etwas Natürliches, nein, den Reis hat man aus der natürlichen Umgebung entrissen und deshalb, was passiert? Der Körper ist es nicht gewohnt, das hat er in der Evolution nicht gelernt, so viel Stärke auf einmal zu bekommen. Blutzucker steigt auf 140, 150, 160 und dann ist er so in einem Panikmodus, produziert zu viel Insulin, dann gibt es diesen Crash quasi in der Blutzuckerkurve. Du hast gerade was gegessen, bist aber eine Stunde später mit dem Unterzucker und Unterzucker ist wieder mal ein Alarmzustand, der deinen Körper signalisiert, Achtung, Unterzucker ist nicht gut. Er kann zwar selber natürlich schauen, dass er das sofort wieder in den Griff kriegt, aber sicher selber signalisiert dir deinen Kopf Essen, bitte essen und du hast schon wieder Hunger. Und dieses Zickzack führt quasi durch den ganzen Tag so in unseren westlichen Sphären und es sind halt kurzfristige Dinge, die da mit zusammenhängen, wie Konzentrationsprobleme als Kind, wie schlechte Haut, wie schlechter Schlaf, Müdigkeit, Müdigkeit, schlechte Regeneration, aber auch mittelfristig Übergewicht, langfristig Diabetes und Diabetes hat dann die ganzen Folgeerscheinungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu ganz schlimmen Dingen, wie meiner Oma den Fuß abnehmen und da will man nicht reinkommen. Also das ist ein bisschen schleichend, das macht es schwierig, auch jetzt über das Leben. Also diese Insulinresistenz, die baut sich immer mehr auf und deshalb nimmt man es halt nicht so ernst. Aber wenn du da jetzt schon 110 gehabt hättest, hätte man schon sagen können, hey, du bist noch nicht so alt, aber wahrscheinlich bist du schon in einer kleinen Vorstufe von Diabetes und das haben wir auch im Büro hier gehabt. Da haben manche Leute schon, wenn man das gemisst, auch nüchtern schon 100, 100, 510 gehabt, sagt, hey Leute, Achtung, kann man, und das ist das Schöne, man kann das total gut zurückbauen. Also diese Insulinresistenz entsteht ja, wenn man nur permanent zu viel Zucker isst und Insulinresponse hat. Wenn man da mal eine Woche ein bisschen ein Fasten einführt oder zum Beispiel ein Kohlenhydratfasten, dann gewöhnt sich der Körper sofort wieder ab und nach ein, zwei Wochen ist das fast wieder zurückgesetzt um ein paar Jahre. Ja, unser Körper ist ein Wunderwerk, aber deshalb umso besser, dass es auch immer mehr Produkte gibt, die gegen diesen hohen Blutzuckerspiegel ankämpfen, wie zum Beispiel Leo. Hey Manuel, vielen Dank für die letzten Minuten. Zum Schluss gibt es noch ein Spiel, das nennt sich Zieh dir drei, dann bist du frei. Ich muss nur überlaufen, es blutet damit. Zieh dir einfach drei Karten, das sind deine letzten drei Fragen, die du an dich selbst stellst und ziehen darfst. Einfach nach der Reihe vorlesen und kurz und knackig beantworten. Frage Nummer eins. Woran merkst du, dass du richtig liegst? An den Reaktionen der Mitmenschen? Okay. Auch so bei, wahrscheinlich, das hat dich auch die letzten 15 Jahre begleitet, immer was versucht, getestet, wie ist die Reaktion? Absolut. Also ich glaube, es ist generell immer gut, auch auf Feedback zu hören, zu schauen, wo ordnet man sich ein. Es ist auch okay, wenn man mal falsch liegt, vergisst man auch oft. Aber so die Reaktion, natürlich am Ende weiß man es, wenn es dann funktioniert hat, aber so das erste Mal, die Einschätzung, glaube ich, ist, wie du sagst, beim Geschmack und das ist schon oft Feedback der Menschen. Sehr gut. Frage Nummer zwei. Worauf freust du dich gerade am meisten? Schwierige Frage. Aufs Mittagessen? Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Ding. Ich freue mich immer auf meinen Sohn, der ist absolut ein Sonnenschein. Also muss ich wirklich sagen, das ist so immer, man freut sich aufs Wochenende, um ein bisschen mehr Zeit wieder mit ihm zu haben. Bei Neo freue ich mich jetzt irrsinnig schon auf unseren neuen Berry-Riegel. Der kommt jetzt im September. Uh, wir sind gespannt. Mega geil. Sehr gut. Und die letzte Frage an Manuel Zeller. Wer oder was wird dich immer glücklich machen können? Das will ich jetzt nicht meinem Sohn sagen, weil mein Sohn ist nicht dafür verantwortlich, ob er mich glücklich macht. Auch wenn er mich extrem glücklich macht, es will ich wirklich nicht auf eins produzieren. Ich glaube, das Geheimnis von glücklich sein ist, stabil zu stehen und tolle Freunde haben, tolle Familie zu haben, tollen Job zu haben, tolle Aufgabe im Leben zu haben, Sport zu machen. Also das ist wirklich eine Summe von vielen. Ich glaube, ich will das nicht auf eines beschränken. Also das ganze Leben, was uns so begleitet. Absolut. Manuel, ich sage vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Und danke schön. Bis bald. Von nix kommt nix.